Neubulach ist ein heilklimatischer Kurort mit Heilstollenkurbetrieb im Nordschwarzwald in der Nähe von Kalf in Baden-Württemberg. Geografie Die Stadt Neubulach gliedert sich in die fünf Stadtteile Altbulach, Liebelsberg, Martinsmoos, Neubulach und Oberhaugstedt. Der Stadtteil Altbulach ist wiederum in die vier untereinander nicht abgegrenzten Teilbezirke Altbulach, Seitzental, Kolastahl und Station Teilnach gegliedert. Die Stadtteile sind räumlich identisch mit den früheren Gemeinden gleichen Namens. Ihre offizielle Benennung wie auch die der Teilbezirke des Stadtteils Altbulach erfolgt in der Form Neubulach Stadtteil. Die Stadtteile bilden zugleich Wohnbezirke im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung, wobei die Teilbezirke Seitzental, Kolastahl und Station Teilnach des Stadtteils Altbulach zusammen den Wohnbezirk Talorte und der Teilbezirk Altbulach bilden. Zum Stadtteil Altbulach gehören das Dorf Altbulach, die Weiler, Kolastahl und Seitzental und die Orte Elektrizitätswerk und Marmorwerk. Zum Stadtteil Liebelsberg gehören das Dorf Liebelsberg, das Gehöftlautenbachhof und die Häuser Teilnachtal. Zu den Stadtteilen Martinsmoos und Oberhaugstädt gehören jeweils nur die gleichnamigen Dörfer. Zum Stadtteil Neubulach gehören die Stadt Neubulach und der Ort Lochseegmühle. Geschichte Altbulach wurde erstmals 1390 erwähnt, könnte aber bereits um 800 entstanden sein und erhielt die Vorsilbe Alt im Ortsnamen zur Unterscheidung von der erst im 13. Jahrhundert entstandenen Stadt Bulach. Oberhaugstädt wurde 1355 erstmals erwähnt, Liebelsberg 1374 und Martinsmoos 1423. Alle drei Orte sind aber sicher deutlich älter, Liebelsberg wurde als Waldhufendorf angelegt, Neubulach bis 1799 meist nur Bulach genannt, ist eine besonders gut erhaltene kleine mittelalterliche Bergbaustadt und wurde 1275 erstmals erwähnt. Der Silberbergbau 1286 Im 13. Jahrhundert hatte der Bergbau offenbar seine große Blütezeit, die vielleicht bis ins 14. Jahrhundert andauerte. Dabei entstand wohl auch eine Bergbausiedlung, die vielleicht um 1274 von den Grafen von Hohenberg zur Stadt Bulach erhoben wurde. Gelegentlich wird vermutet, dass der Bergbau bereits vor dem 13. Jahrhundert eingesetzt haben könnte, dafür gibt es bisher aber keinerlei Hinweise. 1364 verkauften die Grafen von Hohenbergstadt und Herrschaft Bulach einschließlich des Bergwerks an die Kurfürsten von der Pfalz, die sie 1440 an die Grafen von Württemberg weiterverkauften. Zu dieser Zeit hatte der Bergbau seine Blütezeit längst überschritten. Weitere Versuche erfolgten um 1478 in den 1530er Jahren 1551 zu 1553 1557 1557-1563,1567 1568 1594 1658 1656 1656 1657 1718 1727 1727 1747 1761 1773 1773 1790 1820 1831 Dabei wurde aber immer wieder festgestellt, dass die Lagerstätte bereits im Mittelalter so tiefreichend abgebaut worden war, dass keine gewinnbringenden Ärzte mehr vorhanden waren. 1916 zu 1932 und 1937 zu 1945 versuchten verschiedene Unternehmen unter Tagen, vor allem aber aus den alten Halden Gold und Wismut zu gewinnen. Angeblich soll Neubullach um 1326 abgebrannt sein, ein zweiter Stadtbrand ereignete sich 1505. Im Bauernkrieg 1525 wurde Neubullach von den Bauern besetzt. Anders als gelegentlich behauptet, wurden dabei aber weder die Stadt in Brau gesetzt noch das Bergwerk zerstört. Die heutige Stadt wurde am 1. Januar 1975 durch Vereinigung der Stadt Neubullach und der Gemeinden Altbullach, Liebelsberg, Martinsmoos und Oberhaugstedt neu gebildet. Die Blasonierung des Wappens lautet Wappen der früheren Gemeinden Neubullach, Altes Wappen, Altbullach, Liebelsberg, Martinsmoos, Oberhaugstedt Politik Bei der Kommunalwahl am 7. Juni 2009 ergab sich folgende Sitzverteilung Bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 ergab sich folgende Sitzverteilung Bürgermeister von 1975 bis 1983 Ernst Braun von 1983 bis 2007 Siegfried Luth von 2007 bis zum 31. Januar 2015 Walter Beuerle Seit dem 1. Februar 2015 Petra Schupp In der Bürgermeisterwahl vom 9. November 2014 erreichte Petra Schupp 69% der gültigen Stimmen und trat das Amt am 1. Februar 2015 an Wirtschaft und Infrastruktur Durch Neubullach und Oberhaugstedt verläuft die Landesstraße 348 aus Richtung Kalf nach Altensteig Durch das Nagoldtal und damit über Neubullacher Gemarkung führt die Bundesstraße 463 von Hoop nach Pforzheim Die nächsten Autobahnanschlüsse an die A81 in etwa 25 Kilometer Entfernung sind in Herrenberg und Gerdring Neubullach besitzt einen Bahnhof an der Nagoldtalbahn von Hoop nach Pforzheim, der halbstündlich in beide Richtungen bedient wird Der Bahnhof liegt etwa 5 Kilometer nordöstlich des Stadtkerns im Nagoldtal Daher werden die Stadtteile durch Busse erreicht, die im Anschluss an die meisten Zugankünfte vom Bahnhof aus abfahren Darüber hinaus verkehren aus allen Stadtteilen direkte Busse nach Kalf, Wildberg und Altensteig Alle öffentlichen Verkehrsmittel in Neubullach sind in den kreisweiten Gemeinschaftstarife der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Kalf integriert Die Maschinenfabrik Friedrich Duss wurde 1920 in Neubullach gegründet und ist heute einer der bekanntesten Hersteller von Bohrwerkzeugen Das Orgelbauunternehmen Johannes Rulf stellte die Orgel der Baden-Badener Stiftskirche her Die Firma Mineralbrunn in Tainach GmbH befindet sich zum Teil auf der Gemarkung Liebelsberg Des Weiteren befinden sich ein Teil der Quellen auf dem Gebiet der Gemeinde Neubullach Neubullach verfügt über eine Gemeinschafts- und zwei Grundschulen, Kultur und Sehenswürdigkeiten Museen Grube Heller Glückbesucher Bergwerk und Heilstollen Mineralienmuseum in der Fugtei Museum Albert-Wolz Alt-Bullach Bauwerke Wasserturm Liebelsberg 30 Meter hoher Wasser- und Aussichtsturm im Neubullacher Stadtteil Liebelsberg Regelmäßige Veranstaltungen Großer Kremermarkt am Ostermontag Herbst Kremermarkt Hallenfußballturnier Ende Dezember Maibaumfest mit Maiwagenausstellung am 30 April in Alt-Bullach Maibaumstellen am 30 April in Martinsmoos Jedes zweite E-Wochenende im Julidorf-Fest in Martinsmoos Wein- und Zwiebelkuchenfest Ende September in Alt-Bullach Freiwillige Feuerwehr Fotofestival Neubullach im November Frühjahrskonzert des Musikvereins Rettichfest des Musikvereins im Juli Internationales Stabhochsprung-Meeting des TV Oberhaugstädt am Pfingstmontag Schnitzelfest des DRK-Ortsverein Neubullach im Juni Jeden drei Adventweihnachtsmarkt am und im Bergwerk 30,10 Halloween am und im Bergwerk Persönlichkeiten Johannes Brenz lebte zwischen 1562 und 1570 zumindest zeitweise auf der ehemaligen Burg in Neubullach die er 1562 erhalten hatte Ehrenbürgersöhne und Töchter der Stadt Eugen Breitling Politiker, Landtagsabgeordneter Eugen Steimle führender Mitarbeiter im Reichssicherheitshauptamt und verurteilter Kriegsverbrecher Eugen Steimle führender Mitarbeiter im Reichssicherheitshaupt Eugen Steimle führender Mitarbeiter im Reichssicherheitshaupt